Beziehungscoach und nochmal total geiles neues Jahr wünsche ich euch hoffe wir sehen uns und überhaupt jetzt kommen die Twenties genießt es und ich hoffe wir sehen uns auf einer der Veranstaltungen, wir haben ja die Lesung in Jena am 29.01 dann Libeship Live Tage in Hamburg und in Wien im Februar und im März und die Libeship Party in Berlin am 14. März und genau ansonsten gibt es auch einen privaten YouTube Kanal von mir und freue mich wenn der ein oder andere der sagt, Mensch das hilft mir so die Videos wenn ihr auf meinem Libeship YouTube Kanal mal euch die YouTube Kanalmitgliedschaft anguckt, eine hervorragende Art mich zu supporten findet ihr auf der ersten Seite dann gut, heute das Thema bin ich die Co-Abhängige oder die Narzisstin Wenn du mir auch solche Fragen schicken willst, geht über ein Formular auf Libeship.de Lieber Christian, vielen Dank für deine super Videos zu dem Thema Beziehung Es fühlt sich an, als würdest du als guter Freund eine ehrliche und verständliche und wohlwollende Sprache sprechen Danke, dass du mit mir Silvester gefeiert hast Ich lebe gerade zum zweiten Mal eine Trennung mit meinem frischen Ex-Freund Wir sind in den 40ern Sind ein paar Jahre zusammen Kennengelernt haben wir uns als wir betrunken waren Naja, gut Das ist vielleicht nicht so optimal aber es geht sicherlich vielen so Es ist halt wie es ist Fernbeziehung Es ging sehr schnell und ich habe das Gefühl überrollt worden zu sein Ja, das ist ja am Anfang häufig dann Dieses schnelle Was man erstmal gar nicht so mit Bindungsangst Erozentrik oder so in Verbindung bringt Sehnt immer jedoch nach einer Beziehung und einem Weiterkommen im Leben So, ich spreche so ein bisschen über seine Kindheit und sage, es wäre eigentlich ein lieber Mensch Aber ja Man muss Leute immer nach dem Verhalten beurteilen Dass wir irgendwo alle ein Licht in uns haben Ja, das macht sein Aber das heißt ja nicht, dass man unbedingt dann in einer Beziehung sein muss mit Menschen, die einem nicht gut tun oder einem Schaden auch wirklich So Und du schreibst von dir, dass du eher ein intaktes, wohlsituiertes Elternhaus hattest Hab vielleicht eher zu große Ansprüche die ich mich selbst nicht traue umzusetzen Also wie man jetzt in dieser E-Mail sehen wird hast du garantiert kein Problem mit so hohen Ansprüchen Ganz im Gegenteil Aber das kann ja für jeder von euch selber schauen Ich sehe mich ja als High-Performance-Coach was Beziehungen angeht Da kann natürlich jeder sein Level setzen, wo er will Muss jeder selber gucken Zu Beginn waren wir oft zusammen feiern Und es war sehr liebevoll Wir hatten aber gleich so ein Problem dass er oft so vor Social Media festgesessen hat abends Dann wollten wir ein Kind weil wir es ja auch so nach drei Jahren bekommen haben Er wurde desinteressiert hatte kein Geld und ich wurde angemerkert, dass ich nicht koche obwohl ich da jetzt zu Hause war Ja, also was ich jetzt hier ausspinde ist wieder diese Egozentrik Wie auch immer man das jetzt nennt Ich nenne es einfach mal Egozentrik Ich-Bezogenheit Wenig Empathie Einen Vorteil suchen Aufs Ticket von jemand anders leben Was ja so immer wieder in solchen E-Mails hier zeigt Wir hatten auch keine sexuelle Beziehung Ja, also was man jetzt hier wieder sieht ist dieses Krümelige Also er macht nichts Verdient scheinbar auch kein Geld Du musst dich ums Kind kümmern und dann auch noch keinen Sex Ja, das sind so die Momente wo man sich fragt Warum macht man das? Gut, jetzt ist natürlich mit dem Kind bleibt man natürlich dann verständlicherweise auch nochmal viel länger drin Naja Aber eigentlich ändert das nichts an der Thematik Ich verlange es hier von ihm dass er Geld sparen sollte So Und du hast noch ein paar andere Standards gesetzt Verständliche Er hat vieles versprochen aber wenig gehalten Nur auf Drängen Das ist mein Problem Ich habe einen aus meiner Sicht einen Loser ausgesucht den ich verändern möchte weil ich mich an starken Männer nicht herantraue Fragezeichen Ja Auf jeden Fall Ob er jetzt ein Loser ist oder nicht Das sind ja alles so Begriffe Aber Also jeder ist da wo er gerade steht Und das sollte man vielleicht auch nicht allgemein bewerten Aber man kann es für sich bewerten Ob du das möchtest Mit so jemandem zusammen sein Und sicherlich hast du ein Thema was ja wirklich einen Großteil hier hat mit diesem retten wollen therapieren wollen verändern wollen Das ist ja schon dieses Pluspol Drama Ganze ja Co-abhängige Thema Mangelnde Selbstliebe Wo auch immer du das jetzt her hast ähm 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 ja Ja Also hört auf Blumensamen zu kaufen Sondern dann kocht vielleicht lieber einen fertigen Blumenstrauß ne vertun vertun das ist menschlich und irren und auch nochmal irren und nochmal irren also wir sind Menschen wir sind fehlbar wir sind absolut fehlbar jeder ist fehlbar ich bin fehlbar und ähm ja dann lernt man draus und versucht immer das Beste draus zu machen und macht dann wieder den nächsten Schritt ne so ist der Prozess ne er sagt auch immer mach doch erstmal selbst ja aber du machst ja selbst ne äh ich bin leider immer weniger aktiv geworden und auch kein gutes Vorbild mehr okay aber ich hab schon den Eindruck dass du hier mehr machst als er ne wenn ich einen Fehltritt hatte wurde es mein Verhängnis habe ich das auch mit ihm gemacht Fragezeichen ja das ist ja immer das Interessante dass im Minuspol sich die Leute überhaupt nicht in Frage stellen und im Pluspol immer zu sehr ne hört sich für mich hier auch so an wer hat angefangen zu kritisieren ich weiß es nicht mehr wir machten eine Paartherapie ich beschrieb dass ich mich nicht frei fühle worauf nicht näher eingegangen wurde ja eine gute Paartherapie zu finden bei solchen Themen wie diesem hier ist vielleicht auch nicht immer so ganz leicht ähm ich beschrieb dass ich mich nicht frei achso ja äh zu der Zeit war die Beziehung aber eigentlich ganz gut dann gab es Vertrauensbrüche er schaute halblich auf mein Konto und meinte ich soll mich nicht beschweren dass er kein Geld hat ich hätte doch genug also das ist so ein krasser Deer Raker also ist das erste Jahrzehnte was völlig indiskutabel ist also auf so vielen Ebenen völlig indiskutabel also auf dein Konto zu gucken so einen Spruch zu bringen und ja das ist halt häufig in diesen toxischen Beziehungen dass einer auf das Ticket vom anderen leben will sehr toxisch ähm er hatte einige Schulden die er mir verheimlichte an denen ich mit meiner Gier schuld sei Fragezeichen er ging oft ohne Kompromisse Absprachen feiern ja gut ich meine wenn dann immer selber durchschnieße ich meine ganz ehrlich muss man eigentlich viel zu sagen das ist und klassische Schuldumkehr das nächste mega toxische Symptom also dass ich manchmal versucht habe wie immer zu protestieren ich ging dann nachts um den Block denn ich wusste ja wenn ich wiederkomme geht er feiern ja das ist natürlich nicht so toll wir haben uns dann irgendwann getrennt nach einem Jahr sind wir wieder zusammengekommen wir waren in der getrennten Zeit gut zueinander so aus irgendwelchen praktischen Gründen ist er wieder eingezogen nichts von den Standards die wir besprochen haben vom Einzug hat er gehalten auch das ist immer ist ja in meinem Modul 1 um Programmierung des Lebenschips ausführlich Thema wie kannst du rausfinden ob du in einer toxischen Beziehung bist ja du setzt Standards wenn die da nicht gehalten werden und es wirklich völlig normale Sachen sind ja so ein knappes Jahr später waren die Probleme wieder da also eine zweite Runde ist in aller aller Regel nicht sinnvoll so es sei denn hat sich mal eine Woche irgendwie im Streit geht nochmal auseinander oder so aber sowas hat sich ja nichts geändert ich drang ihn zur Therapie der jetzt auch macht ja aber du kannst jemand nicht dazu drängen dass er bestimmte Einsichten hat also jemand kann auch in einer Therapiestunde sitzen und die Zeit absitzen und dann sagen hier was willst du da ich mach doch Therapie also haltet euch nicht an diesen haltet euch nur an Fakten 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 und nicht auch wenn jemand Therapie macht verändert sich was in Echtzeit jetzt und hier das sind die Fragen leider war es für mich schon zu spät ich bin völlig erschöpft ich hab mich wieder getrennt jetzt kamen die krassen Fehltritte er machte mich in der Öffentlichkeit so nieder beschimpfte mich dass ich nur noch heulen konnte und am Boden war gut jetzt werden hier schlimme Schimpfwörter genannt die ich nicht wiederholen kann übrigens sind in seinen Augen diese wirklich schlimme Schimpfwörter keine schlimmen Schimpfwörter und er hätte es nicht so gemeint das war ja im Streit auch das ist wirklich schlimm mit diesen toxischen Beziehungen dieses hab ich nicht wollte ich nicht hab ich nicht so gemeint hab ich nicht gemacht hab ich nicht gesagt hab ich anders gemeint hab ich gesagt aber ist nicht so ähm das ist so als wenn jemand sagen würde ähm ja was weiß ich jemand sagt der Himmel ist blau und nehmen wir an das wäre ein Schimpfwort und du sagst du hast gesagt der Himmel ist blau und sagst du ja mit blau meine ich was anderes ich meine nicht das blau ich meine blau blau damit oder ich meine nicht blau mit blau sondern ich meine grün damit also es ist völliger völliger Irrsinn völliger Irrsinn und da kann man auch kann man nur weggehen also bringst dir auch niemand dazu also wenn jemand wirklich krasse Schimpfworte sagt und sagt war ich nicht habe ich nicht so gemeint meine ich nicht so ist kein Schimpfwort ja das ist Gaslighting vom Feinsten ähm er schreitet respektlos auch vor dem Kind wenn ich mir sage er soll stoppen dann sagt er mir würden keine Argumente mehr einfallen er hält sich an keine Abmachung weil er emotional nicht in der Lage wäre und geht feiern ich habe immer da wie ich davor gefürchtet Schluss zu machen weil er niemals einfach ausziehen würde ja aber dann äh gibt ja Mittel und Wege zum Glück wohnen wir nicht in ähm Feuerland oder also man selbst da gibt es Mittel und Wege aber wir wohnen nicht jetzt nicht in so einer Mann was denn raus wenn du was willst also ähm oder zieh du aus oder was auch immer weil du musst nichts aushalten ähm ähm wohnen in einer Stadt wo es wenig freie Wohnungen gibt es gibt immer Möglichkeiten also ähm werden sicherlich Leute wieder kommentieren was alles für Möglichkeiten gibt gibt es hier unter dem Video und äh richte das nicht selber ein dass es keine Möglichkeiten gibt er hatte eigentlich übergangsweise etwas gefunden jetzt sagt er mir dass der andere ähm dass der andere wo er wohnen wollte dass es doch nicht geht ja das ist das ist alles das ist alles Quatsch und der will mit mir als WG zusammen wohnen ja in deiner Wohnung mit anderen Frauen schlafen oder was ey oh mein Gott ey er kriegt mich immer mit den Sätzen wie dass eine Trennung wäre das schlimmste für unser Kind ja willst du deinem Kind vorleben in einer benutzenden toxischen äh lieblosen Beziehung zu leben aber ich meine das muss jeder für euch entscheiden ich kann das für niemanden entscheiden und will ich auch gar nicht aber die Frage muss man sich dann immer stellen ähm ich habe ihn gedrängt dass er ja doch wie besprochen äh jetzt bald den Umzug vollziehen soll jetzt droht er mir er hätte ja äh gut kommen ein paar vertragliche Sachen ja da musst du dir halt gegebenenfalls da die Hilfe holen die du brauchst aber es wird sicherlich eine Lösung geben äh er bettelt dass er sich nun auch mit Hilfe seiner Therapie jetzt wirklich verbessert hat ja aber das sag ich ja wo siehst du das hier in dieser Mail das weiß ich nicht er kann auch wirklich jeden Tag acht Stunden zur Therapie gehen wenn er das absitzt und bringt es gar nichts ähm und du kannst immer nur auf deine Seite gucken deswegen sag ich immer haltet euch nicht auf was jemand für eine Kindheit hat und ob er Therapie macht oder nicht Therapie macht haltet euch an die Fakten tut euch das gut was passiert weil ihr könnt nie letztlich in jemand anders reingucken ihr könnt nur sagen aha ich sehe dieses und jenes Verhalten ich finde es respektlos ich für mich finde es respektlos ich für mich finde es nicht gut ich für mich finde es nicht akzeptabel und darauf handelt es ähm letztlich wirklich egal was jemand macht oder sagt oder selbst was für ein Label der da dran packt äh spielt keine Rolle äh äh er sagt jetzt dass er sein Leben verändern will ja aber das ist die Spur die Schleife hatte ich hier doch schon mal ne äh und er weiß dass es gut für ihn selbst ist ja das ist alles hohle Worte ich bin eigentlich selbstbewusst und hatte bisher größtenteils ehrliche Beziehungen er war ja auch zu Beginn ehrlich habe ich ihn zu viel verbiegen wollen ähm ja ich denke schon ne aber du wusstest ja dass es nur zwei Möglichkeiten gibt entweder du kriegst ihn verbogen oder du musst dir eingestehen dass die Beziehung dir nicht gut tut ne und ähm jetzt hast du das verbiegen wollen hinter dir und jetzt denke ich ja kommst du darauf hin wie es halt ist ne ich war schon immer etwas aufmüpfig aber in der letzten Zeit halte ich nur noch still und hoffe dass nichts eskaliert das ist ein ganz schlechter ähm also ich kann das nicht empfehlen wie gesagt das muss jeder für euch wissen ich das ist so ein E-Mail ist auch immer nur so ein Abklatsch wie es wirklich ist aber äh natürlich äh sollte man da mit Bedacht vorgehen aber du solltest dich jetzt auch nicht ähm hier irgendwie klein machen lassen so ne also und äh weiß ich nicht stillhalten ist schon ja co-abhängige Variante ne bin ich co-abhängig und Narzisst und er auch also wie gesagt ich kann ja niemand über die Ferne werde ich auch nie tun diagnostizieren äh spielt auch gar keine Rolle aber dass du hier ja wie ich das immer so nenne co-abhängige Tendenzen hast ähm oder das ist so Verhaltensweisen Verhaltensmuster zeigen in dieser Richtung äh ja sieht so aus äh wie auch immer man das jetzt nennt also wo du jetzt hier narzisstisch sein solltest sehe ich jetzt nicht aber äh wie gesagt das sind ja Sachen die kann man natürlich auch logischerweise soll man nicht kann man nicht über die Ferne ähm aber was auch da ist gut auf der Verhaltensebene zu bleiben also deine Ziele du hast sicherlich ein Thema mit äh Selbstliebe und Grenzen und das wird hier halt getestet ne wie auch immer du das jetzt nennst ich verstehe nur noch Bahnhof je nachdem welches Video ich sehe passen wir beide jeweils auf beide Rollen ich glaube das musste glaube ich nochmal die Videos vielleicht nochmal äh unter anderen Aspekten angucken oder die Kurse machen ähm also vor allen Dingen solltest du mal angucken das Video die drei Arten von Co-Abhängigkeit oder auch im Modul 4 ist das auch drin ähm weil natürlich äh sind auch eurozentrische Menschen haben auch eine Art von Co-Abhängigkeit aber also das wäre dann aber ein anderer Modus also du hast hier diesen typischen Modus 1 wie ich das immer sage hier so ein eher liebessüchtigen und dann gibt es noch Modus 2 Modus 3 ist in dem Video drin und ähm ja das ist eher vielleicht im anderen Modus vermute ich mal und ähm aber wo ihr da jetzt beide in alle Rollen reinpasst das sehe ich hier gerade nicht ähm ich bin sehr interessiert an deiner Meinung ich denke ich kann das allein mit dem Kind vielleicht nicht schaffen ja da kann ich jetzt nichts zu sagen aber wie gesagt mit Kindern das ist auch immer schwierig ähm aber ich meine ähm 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 ich denke in Deutschland sollte das eigentlich irgendwie immer möglich sein aber wie gesagt äh merke ich jetzt schon dass ich mich sozial isoliere um diese Schmach des alleinerziehenden Schadens nicht erleben zu müssen aha hier wo ist denn da die Schmach ey wie viele Leute sind alleinerziehend und getrennt und willst du willst du die Schmach in einer toxischen Beziehung seins lieber erleben oder willst du dich vielleicht nicht diese gesellschaftlichen Dinge hinter dir lassen und gucken was dir gut tut ähm äh ganz liebe Grüße und einen guten Schadens neue Jahr mach weiter so du erreichst damit so viele das ist die perfekte Plattform ja ist auch ähm perfekt und gleichzeitig auch echt manchmal gruselig das ganze Social Media ähm so wird es einen Workshop im Jahr 2020 geben in meiner Großstadt ja also ähm es gibt auf jeden Fall die Liebe Schipp Party in Berlin und es wird auch ähm Workshops geben wir gucken gerade so ein bisschen wie das so mit diesem Liebe Schipp Live Tagen ähm könnt ihr auch gerne mal drüber kommentieren wenn ihr sowas das wäre ja so das Format was da im Moment angedacht ist wenn du das vorstellen könntest dass du dann deiner Stadt also sag jetzt auch an die Zuschauer da hingehen würdest kommentiert das gerne unter dem Video ähm ähm und ähm ähm ja genau ja und ansonsten gucke ich gerade so ein bisschen wie immer die Lesungen und ähm Bootcamps hatte ich jetzt den Eindruck dass es für manche vielleicht ein bisschen viel war ähm ähm und jetzt gucken wir halt so ein bisschen was da so passt aber wenn du eine Idee hast auch du Zuschauer was du gerne an Workshops hättest schreib das ruhig mal drunter weil mir fehlt da manchmal auch echt Feedback oder schreib an support.liebeschipp.de ja in diesem Sinne wir werden uns bei wiedersehen schreibst schreibst Bis zum nächsten Mal.